Ich meine, mit Verstecken brauche ich hier auch nicht anfangen, oder Final Way Intent, ja, Verstecke brauche ich hier nicht anfangen, das ist so, so gut ist das Spiel nicht. Also, gucken wir mal da rein. Du sollst erst mal reingucken und nicht schon aufmachen. Ja. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Ah. Hammer. Genau. Jetzt schön leise. Ja. Hausmeeting in 5 Minuten. Special. Special. Es wird nicht lange dauern. Es gibt ein paar Dinge, die wir brauchen. Oh, fine. Es war so klar. Es war so klar. Warum hat sie da nicht einfach gewartet in dem Kabuff? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich muss mir das doch jetzt nicht anhören, oder? Ich suche doch hier nach Sachen um mich zu behandeln. Hm... Brillant... Hier ist nix... Bild von der Ente... Doc... Check... Justine... Justine... Pst, genau, pst. Gib mir, besorg mir einfach Nadel und Fahnenwitsch. Ich habe es nicht geholfen, verstehst du? Ich brauche etwas, um es zu schnauern. Bänden. Und ich brauche etwas zu schnauern. Es ist zu tief. Mein Vater sagt, dass wir aus der Bänden. Aber ich weiß, wo wir etwas zu schnauern. Das ist das, was das funktioniert. Ich werde dir helfen. Gut, danke. Ich bin Sarah. Ich bin Clementine. Ja, ja. Ist gut. Wir sind Freunde. Ja, ja. Ist gut. Wir sind Freunde. Oh Gott, Pinkie Swear. Warum? Jetzt kann ich diesen Schwur nicht mehr brechen, oh nein! Pinkie Swear ist für immer. Ich werde sehen, ob ich das, was mein Vater benutzt, wenn ich einen Kuss bekomme. Lass mich umschauen. Ich denke, das ist es. Das wird funktioniert. Du kannst es hier nicht, aber jemand wird dich finden. Keine Angst, ich werde nicht. Danke, Sarah. Nee, ich wollte noch nicht runtergehen. Ich brauche noch Bandages. Und eine Nadel. Oh Gott. Aber ich konnte dich umdrehen auf der Treppe. Sie war mehr oder weniger, wie soll man sagen, ähm... Sie war entschlossen, diese Treppe runter zu gehen. Ich konnte sie nicht mehr dahin an. Gone Fishing. Ja, mach einfach die Tür auf da. Jetzt gucken wir so lange, bis wir den Kram gefunden haben oder bis wir erwischt werden. Da ist Wasser drin. Ja, als wären wir drei Nadel und Faden finden. Ist hier was? Guck da mal rein. Nix. Oh Gott. Badezimmer. Äh, Dusche. Siehratos. K дело ist, bis schon. Lang das noch nicht. Guck das nichts. Winyigt. Lass es sein, lass es sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob sie noch ein Meeting haben oder ob irgendwelche anderen Türen... Oh Gott, merkwürdigerweise ist es total spannend. Oh, Schubladen, die wir durchsuchen können. Da wird was drin sein. Eine Uhr, na toll. Was soll ich damit? Ja, ich brauche nur eine Nadel. Ich werde im Schrank, da ist keine Nadel drin. Nein. Kein Krach machen. Risiko. Achso, ja. Da war die Uhr drin. Wie blöd. Ehrlich? Dann muss ich hier doch in den Schrank reingucken. Oh mein Gott. Es zieht sich. Warum muss es so spannend sein? Ach, hier kann ich gar nicht mehr hin. Naja, die... Die Uhr, da kann ich nichts als Nadel benutzen an der Uhr. Ne. Das ist Blödsinn. Also... So, im Badezimmer war definitiv nichts. Dann gehen wir jetzt runter. Vielleicht sind die Leute ja aus der Küche raus. Oder tanzen draußen im Regen rum oder sowas. Oh Gott, diese Treppe macht Krach. Hm. Hm. Da war nichts. Ich weiß nicht, wo ich die Nadel finden soll, um ehrlich zu sein. Wo soll denn hier eine Nadel sein? Garantiert habe ich irgendwas total offensichtliches übersehen. Oh mein Gott, da ist es. Ich möchte hier hingehen. Ist das ein sprechender Fisch? Ne, vermutlich nicht. War in dem Raum noch irgendwas? Oh. Vielleicht eine kleine Vorwarnung, dass es dort ganz raus geht. Das würden sich nach Schritten handeln. Geh weiter. Okay. Es gibt nur die Tür da. Und die Tür. Wo wohnen die denn alle? Zur Not gehe ich bei ihr nochmal rein. Irgendjemand... Ich muss jetzt... Ich muss hier eine Nadel haben. Draußen habe ich vermutlich keine Nadel übersehen, oder? Ah. Da kann man aufmachen. Nadelkissen? Ehrlich? Oh. 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 Ich... Ich... Das ist alles, was ich brauche. Ich hätte besser rauskommen. Wahrscheinlich haben wir schon so viel Zeit vertrödelt, dass wir ja gar nicht mehr rauskommen. Ich dachte... Ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass da ein Handsymbol am Spiegel war. Ich dachte, da war nur ein Guck-Symbol am Spiegel. Und nochmal im Spiegel angucken hatte ich eigentlich nicht vor. Geh raus. Wir müssen wieder in den... Ins Kapuf rein. Jawohl. So. So. Zähne zusammenbeißen. Und loslegen. Das sieht auch nicht wie ein Hundebiss aus, um ehrlich zu sein. Das wird richtig wehtun jetzt. Das zieht wie Hechtsuppe. Okay. Okay, ich bin gut. Ich bin gut. Sie ist echt hart im Nehmen. Töchtig, junge Lady. Töchtig. Und jetzt die lustige Part. Und jetzt die lustige Part. Oh mein Gott. Das tut weh. Ja-her-her-her-her. Wir müssen jetzt, haben wir uns angefangen, wir müssen weitermachen. Der Blick war grad für die Wörter. Oh mein Gott, Petel. Du hast echt Nerven aufs Drahtseil. Das ist gleich geschafft. Ist gleich vorbei. Ich bin mir sicher, dass der Hund uns so oder so gebissen hätte. Letzter Stich. Ohohoho. Mädel, ey. Krumm und schief, aber sollte reichen. Oh, das ist doch wohl nicht wahr. Oh, das ist doch wohl nicht wahr. Ich требöse nicht. Ich требöse nicht eine wheelchair. Oh mein Gott! Oh der Hammer Der Hammer Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Ich hab's gesehen. Ich war dabei. Ich saß in der ersten Reihe. Ich hab's gesehen. Die muss echt was durchmachen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und du hast mich hier raus, um zu sterben. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Sie hat sich gerade in ihren Arm selber geniht. Ich wünsche, dass du nicht getan hast, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Das ist genau das, was Sarah sagt, jedes Mal, wenn ich sie in eine Lüge sehe. Wir haben dich in diese Hälfte, aus der Sicherheit für die Sicherheit unserer Lieblung. Und dann hast du und versuchte meine Frau von uns geholfen. Ich gebe dir den Vorteil des Gefahr. Aber es gibt ein paar Dinge, die du musst wissen, über meine Frau. Okay. Sie ist nicht wie du. Du kannst nicht das verstehen. Aber wenn du mit ihr mit ihr für eine Zeit bist, wirst du verstehen. Wenn sie so schlecht ist, was die Welt wirklich ist, dann würde sie nicht funktionieren. Sie ist meine kleine Frau. Sie ist alles, was ich habe. Und ich würde sagen, dass du von ihr weg bist. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Rebecca was worried you might be working with someone else. That your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure. You are not to be trusted. Ach, fick dich, du Idiot. Was für ein verkappter Haufen, ey. Unglaublich. Was für ein kaltes Schmerz. Das wird einen kaltes Schmerz. Es geht nicht um mich. Ich kann es leben. Wow. Das ist schön. Hey, look. Ich möchte nur sagen, ich entschuldige mich für... für ein dicker. Ich war meio aggro. Und das war definitiv nicht cool. Nick hat sich so gewusst, dass sich immer wieder aufhören. Nicht gegen ihn nicht zu lassen. Ja, ich denke wir alle haben unsere Momenten. Genau. Geh mir aus dem Weg. Ich will sowieso nicht hierbleiben. Ihr seid ein Scheißhaufen. Was ist dein Plan? Ich denke, um zu gehen. Nein. 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 Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein. Entschuldigung. Ich hätte nicht gefragt. Meine Eltern waren auf vacation und mich mit einem Baby-Sitter. Und sie haben noch nie zurück. Wir sind nach Savannah, um sie zu finden. Aber sie waren bereits tot. Sie waren tot. Ich bin froh, zu hören. Dieser Mann mich befindet und hat mich geholfen. Wir haben mit anderen Überzeugungen gewonnen. Und wir haben alle versucht, es zu machen. Aber es funktioniert nicht. Sein Name war Lee. Er hat mir gelernt, wie zu überleben. Er hat mir gelernt, wie zu fangen. Was hat ihm passiert? Das gleiche, was passiert mit allen Leuten. Aber er hat mich zuerst. Viele Male Male. Es scheint, dass er wirklich gut war. Ja. Er war. Das ist ein Geräusch. Ich will das. Ich will das. Aber ich bin da, zu schauen. Und ich kann nicht, aber ich weiß, dass dieses Ort war ein Beacon in den Mitteln. Ja. Es ist Zeit, um in den Bauen zu sein. Ja. Es ist Zeit, um in die Mitte. Du schraubst, während du kannst, denn wir fahren mit der ersten Licht. Ein paar frische Broeke für晚. Ja. Würdest du das nicht schönes? Oh, du bist noch hier. Ja, du hast mich schon gehört. Oh nein. Du bist eine blöde Kuh. Ja, jetzt müssen wir den Laden mal ein bisschen auf. Ja, du bist eine blöde Kuh. Ja. 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 Ja... Ja. Okay. Ja. Wer hat das gemacht? Wer hat das? Ja. Achtung. Durch die Hände? Und schau mal an die Schmerzen. Wir sind sehr. Es gibt noch mehr da. Das war kein Rinky-Dink-Pissen-Match. Was war es dann? Fubauer. Wo geht's? Wir müssen hier raus. Wir müssen die resten. Was? Warum? Schau mal und schau mal, Junge. Schau mal? Wir müssen hier raus. Jesus Christus! Schau mal an! Oh. Einer dieser Leute könnte immer noch hier sein, und sie könnten nur sagen uns, wer das gemacht hat. Wir müssen das jetzt machen. Ich werde immer dazwischen zu reden, wenn sie zwei unterhalten. Das ist eine Idee. Du weißt, Nick, ich mag das auch nicht. Aber später oder später, du musst eine einfache Wahrheit erkennen. Was? Ist du ein Scheiße? Dass niemand in dieser Welt wird niemals geben, ob du etwas magst oder nicht. Du musst wachsen, Junge. Was? Komm schon, Clem. Du willst sinnvoll sein? Schau mal an dieser Treeline. Wer das gemacht hat, muss immer noch da sein, wartet, für einen anderen Scheiß, um über diesen Scheiß zu spüren. Ich bin da. Du bist immer so agreeable? Nein. Gut. Du bist richtig in mit diesem Outfit. Schau mal, du bist auf den Kopf. Same deal. Der sieht nicht erschossen aus. Der sieht erschossen aus. Unser Backpack. Ah, ihr Schweine, es sei das. Das ist mein Backpack. Du warst in den Wald mit Christa. Die Frau, die ich mit war. Was hat mit ihr passiert? Bitte, sag mir. Sag mir! Gib mir! den Rest. Du hast einen Hammer in der Hand. Du kriegst kein Wasser. Du kriegst gar nichts. Sag mir! Sag mir! Ach, ist ja hier drin called. Kas ich ganz. Ich bin soän. Ich bin soän. Ja, ich konnte mich nicht bewegen. Aber wenn du... Ich bin gut, ich bin gut. Bist du nicht. Aber wenn du... Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Bist du. Dammit! Du gehst hier an, beide an! Ich werde dich an. Wir müssen hier raus. Geh an, Gott. Der ist eh schon tot. Er war gebissen. Hä? Ist doch egal. Wie kannst du ihn einfach verlassen? Er war gebissen worden. Was werden wir machen? Wer ist außerhalb. Wer kam hier an, dich zu suchen. Ein Mann. Was? Er sagte, was er sein Name war? Wir wissen ganz genau, wer es war. Wer ist er? Ein Mann. Ein Mann. Was wird er tun? Ich kann nicht weitergehen. Ich denke, wir haben etwa vier, fünf mehr Tage zu erreichen. Wir sind nicht hier zu robben. Ich habe niemanden. Es ist nur ein Mann. Es ist nur ein Mann. Ich dachte, du warst tot. Nein. Nein. Ja. Macht ja auch keinen Sinn, mit dem anderen zu laufen. Wobei, könnte ein netter Unterschied sein, wenn man mal die Story mit ihm weiterspielt. Gut. Damit waren das anderthalb Stunden in etwa genauso lang wie die Episoden von... Na, wie hieß es noch? Der... The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Und... Ja. So werde ich das auch in den nächsten Teilen machen. Ich werde es vermutlich schneiden müssen, weil der ein Upload ist zu groß. Also werde ich es wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen einfach. Aber es sind ja immer noch nette Paketgrößen, könnte man sagen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.